Mein Mann klaut mir das, worauf ich mich gefreut habe. Sorry, hier. Seit gestern. Guten Morgen. Bist du happy damit, mit deinem Sauger? Das Spiel war ja kaum Dreck. Kaum Dreck. War ja auch ehrlich dran. Ja, hier, mach ruhig weiter. Darf er den Schal haben? Ja, den Schal darf er haben, weil dem passt niemand mehr. Also niemand würde ihn tragen. Ich schon. Du würdest ihn tragen? Ja, klar. Ja. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Morgen, morgen, übermorgen. Herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade aufgestanden. Also wir sind eigentlich schon vor zwei Stunden wach geworden. Aber wir sind jetzt halt spazieren gewesen. Hörst du den nach dem Tüten weglegen? Ja, leg ich weg. Ich saug nachher, weil jetzt muss ich erst mal so oberflächlich sauber machen, das Bett ausschütteln und so. Und dann kann ich den neuen Staubsauger, den ich gestern extra geladen habe, die ganze Zeit oder heute Nacht, ausprobieren. Darauf freue ich mich. Wir machen heute gefüllte Paprika, eventuell gehen wir zur Hundewiese, wissen wir noch nicht, und ganz viel ausruhen. Bernd sagt, er fühlt sich schon besser. Calvino geht es schlechter heute. Aber kein Fieber. Ja, der Hund ist fit wie immer. Ja, ich mache jetzt hier ein bisschen klar Schiff und dann machen wir Frühstück. Wir haben Brötchen geholt. Möchtest du die Geschichte erzählen von den Brötchen? Nein. Okay. Die bleibt ein Geheimnis. Und heute Abend müssen wir vorbereiten, denn Calvino hat morgen Geburtstag. Ich soll die erzählen? Nein. Die bleibt privat, die Geschichte. Okay. Viel Spaß bei diesem Video. So, ich mache uns hier Tee. Eins, zwei, drei. Bernd nimmt immer Süßstoff. Oh nein. Ah, Bernd hat Kamillentee, der ist aber da drin. Und ich habe Himbeer-Vanille und ich nehme immer Zucker. Was wolltest du sagen? Das wäre so egal, wir sind auch, wir haben Himbeer-Vanille-Vanille. So, der Calvino, der nimmt immer Minztee, dem mache ich immer eine große Kanne. Ja, der hat noch. Das sind übrigens die Burger, die es jetzt bei Aldi gibt, womit wir die gefüllte Paprika machen. Drei Burger-Patties. Dem, ja. Ja, ja, die kann man so einzeln entnehmen. Also zwei sind hier drin, einen einzeln in Summen. Und dann halt machen wir Reis da mit rein und so ganz viele Schmortzwiebeln. Das ist nur so ein bisschen für den Geschmack. Das schmeckt richtig lecker. So eine geile Soße. Das müssen wir auch mit dem Geronkirchen machen. Nein, das haben wir schon mal probiert und haben gesagt, das schmeckt ohne besser. Ehrlich jetzt. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, und das Rezept wird auch in unserem Kochbuch sein. Das müssen wir weiterschreiben nächste Woche, bis du ja nicht im Laden hast du gekrankt bist, ne? Nein. Interview mit einem Beagle. Wie sitzt du denn da? Du wartest auf Futter, ne? Ja. Jetzt sind alle wach, alle Zuschauer. Ja. Da noch einen Glätzen. Er bewacht. Könnte ja was runterfallen. Also für alle, die es nicht wissen, das wird Speck und das wird Rührei. Für alle, die das nicht kennen. Den Speck, den muss man immer noch ein bisschen salzen. Und da muss man hauchdünn schneiden. So ist die Raste. Die habe ich euch schon so oft gezeigt. Da kann man nämlich, ja, vier Scheiben auf einmal. Ein Ratsch, vier Scheiben. Hier ist das immer. Ja, haben wir. Und wir haben die dann auch schon mal nachbestellt bei Amazon für deine Eltern. Weil die die auch unbedingt haben wollten. Die wollen alles haben. Die wollen alles haben. Nein. Und da gibt es auch so Ersatzdinger für so für Möhren, Raspeln und sowas. Alles ist alles dabei. Ich werde euch die mal verlinken für die, die da Interesse haben. Also echt mega. Wir schneiden damit alles, was wir in Scheiben schneiden müssen, ne? Gurkensalat. Und die werden so richtig schön hauchdünn. Und wie lange haben wir die schon? Fünf Jahre? Fünf. Bestimmt, ne? Ja. Wir müssen noch mal links holen, den rechten Hauten, ne? Ja. Haben wir. Jetzt muss ich aber eben hier den Speck umdrehen. Sonst dreht der mich um. Oh, richtig schön knusprig. Ich teste gerade, ob der Speck knusprig ist. So. Mhm. Sehr gelukat. So sieht das jetzt aus, unser Röhreei. Und das schmeckt richtig lecker. Man mag es kaum glauben. Da ist unser Speck. Hat der Bernd noch Gemüse geschnibbelt. Und du kriegst jetzt auch gleich. Mach mal draußen in so einer Kiste vielleicht rein den Dreck, ne? Ja, wenn ich das jetzt zeige, dann denken alle, wir sind voll die Dreckschweine. Aber deine Eltern hatten ja auch. Also die sind sehr, sehr sauber, Berns Eltern, und die hatten auch so viel Dreck. Das ist jetzt nur Calvinos Zimmer und der Flur. Ja, widerlich. Ja, widerlich. Also der Teppich, Calvino hat so einen Teppich im Zimmer. Da kam so viel raus auf Powerstufe. Unglaublich. Und der kann jetzt immer noch ewig lange saugen. Also Wahnsinn. Der wird jetzt geleert. Danke, mein Schatz, für dieses tolle Haushaltsgerätgeschenk. Ne. Ist ja auch wichtiger. Eine reine Wohnung. So, dann bringe ich jetzt den Müll raus. Dann haben wir schon mal Reis aufgesetzt und die Schmorzzwiebeln und Bernd macht jetzt schon mal die Paprika da sauber und hohl, dass wir die gleich füllen können, ne? Das macht man auch schon gleich dann. Nein, aber das muss ja abkühlen, die Füllung, im Idealfall, weil sonst verbrennt man sich voll die Finger, wenn man das füllt. So, ich fette es auch schon mal, die Größe. Die Größe? Der Tuppe. Der Tuppe? Hier, nein, ich würde es in den Reistopf reinmachen. Smurvy runter. Runter. Du darfst nicht auf die Stühle. Ab. Runter. Nein, wenn man dir den kleinen Finger gibt, dann bist du gleich auf dem Tisch. Ich freue mich, wenn wir umgezogen sind, dann kann der nicht mehr einfach so auf den Tisch gehen, weil jetzt ist ja hier so das Sofa, wenn das zum Bett ausgezogen ist, dann ist es nur ein Hops. Obwohl ich dir auch zutraue. Wegschneiden oder wegschmeißen. Das ist ja nur so ein Spinnennetz, oder? Ja. Dem Smurvy traue ich auch zu, dass der aus dem Stand auf den Tisch springt. Oder, Bernd? Was denn? Du traust dem Smurvy doch auch zu, dass er aus dem Stand auf den Tisch springt, oder? Bitte? Dass der Smurvy aus dem Stand auf den Tisch springt. Naja, da kriegt die Bade auf. Wenn er das... Wenn er das wirklich möchte, dann schafft er das. So. Ein bisschen Lösch aufhalten. Wir haben uns jetzt mal aufgerafft. Also ein bisschen gewaschen und so angezogen. Und es ist wunderschönes Wetter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir mussten nämlich sowieso los, weil ich wollte noch gefüllte Paprika machen. Ich hatte 15 Paprika geholt, weil ich 10 Stück füllen wollte und auch noch ein paar für die Soße brauchte. Ja, und jetzt fehlen uns ein paar Paprika. Deswegen sind wir hier zu so einem Hofladen gefahren und hoffen, dass wir welche kriegen, weil es ist Sonntag und alle Geschäfte haben zu. Und hinter mir, da ist der Calvino. Der hat sich auch aufgerafft. Er hat ja keinen Fieber oder so. Er ist halt nur verschnupft und Halsschmerzen. Da ist so ein Stand mit Zuckerwatte und sowas alles. Da hat er gefragt, ob er sich was aussuchen darf. Der ist da. Und dann wollten wir zur Hundewiese. Da kann der Smurphy schön rennen. Wir können uns hinsetzen. Ich habe uns Tees gekocht in Thermobecher und wir haben so Süßigkeiten dabei zum Naschen. Der Smurphy kriegt Leckerchen. Ja, das machen wir jetzt als kleinen Mittagsfamilienausflug. Und man muss sich halt nicht so anstrengen. Also auch wenn man erkältet ist, kann man da auf der Bank sitzen auf der Hundewiese. Und ja, einfach ein bisschen Tageslicht genießen. Weil wenn wir so Fernsehntag machen und gammeln, machen wir alle Rollos runter und gammeln halt. Also Calvino hat sich eine Schokobanane geholt und Popcorn schön mit Zucker. Und da ist so richtig viel. Das sieht so richtig karamellisiert aus. Total lecker. Und ich sehe gerade, hier in dem Hofladen gibt es Federweißer. Oh, den trinke ich so gerne. Dieses Jahr kann ich keinen trinken. Egal. Ich nehme mal bitte den Müll. Danke für den Müll. Bitteschön, auch für den Müll. Ja, kein Federweißer für die Mutti dieses Jahr. Hätte ich richtig Lust drauf. Ja, hier, in die Folie, die du mir gegeben hast. Und dann gibst du mir die Folie wieder. Ja, nimm sie ihm doch weg. Aus. Hast du? Ja. So. Das kommt wieder dahin. Den Kakao, ja. Ach, der ist ja fast leer schon. Ja, fast. Ja, stelle ich hier rein. Passt nicht. Ach, Schande. Ja. Milchäuter-Sekret im Auto. Hoffentlich fängt das nicht an zu stinken. So. Mehr irgendwo? Hm? Ist noch mehr irgendwo? Kakao? Ja. Nein. Ich dachte jetzt, ob wir noch irgendwo hin müssen. Auch nicht. Jetzt geht es nach Hause, nach Holland. Der Bernd will unbedingt nach Holland shoppen. Ja. Ich sage, wir sollten uns noch schonen. Wenn wir nicht ans Haus gehen, dann... Nein, jetzt fahre ich eh nicht mehr so spät. Ist ja schon fast nachts wieder. Ja. Oder besser wäre es, noch in der Woche mal einen Nachmittag zu fahren und nicht am Wochenende. Ja. Ist ja der Schnapsladen offen. Guck mal, willst du da? Reingehoben. Ins Murphy, den müssen wir... Mittlerweile geht es ja schon. Aber sonst mussten wir den immer so fast ins Auto reinheben. Weil da so ungerne Auto gefahren ist. Mittlerweile ist es schon wirklich besser geworden. Und da habe auch welche ihren Hund reingehoben. Deswegen sagt der Bernd noch so ein Etti. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Dann fülle ich die Paprika alle. Setze sie schon mal auf, weil die müssen so zwei Stunden köcheln. Und die Soße muss ich machen, weil die ist aus so unverarbeiteten Lebensmitteln. Cashewkern, Paprika, Wasser und sowas alles. Muss ich mixen. Und Liebe sowieso, weil die ist ja auch rot, die Soße. Da ist sowieso die Liebe drin. Ness Murphy. Und ich darf gleich noch Küche und Wohnzimmer saugen. Und Badezimmer. Da freue ich mich schon drauf. Mit dem neuen Sauger. Die Petra hat auch so einen Sauger, hat sie mir geschrieben. Und die ist voll zufrieden damit. Und ich bis jetzt auch. Und deine Eltern auch. Und alle, die wir kennen, sind damit sehr zufrieden. Alle happy. Der holt alles raus, der Sauger. Den Dreck von vor ganz vielen Jahren holt er nach oben. So, das sind sie jetzt. Gucken nur noch die Spitzen raus. Ihr seht, das ist Reis, dann Schmortzwiebeln und die Beyond Meat Burger. Und die Soße besteht ja aus passierten Tomaten. Und hier habe ich euch gerade alles erzählt. Und das mische ich immer hier in unserem Krug. Der, das ist unser Mixer. Den haben wir jetzt schon bald fünf Jahre. Haben wir den fünf Jahre unseren Mixer schon? Fast, ne? Ja. Und der hat uns noch nie im Stich gelassen. Nur den Krug haben wir einmal ausgewechselt bis jetzt. Aber das Gerät, der Motor funktioniert einwandfrei. So, zehn Paprika. Dann können wir den Rest einfrieren für, wenn wir mal keine Zeit oder Lust haben zu kochen. Wir müssen uns füttern. Ich muss euch füttern. Ich mache hier, ich schnippel Birne und Apfel hier. Ja, ich muss erst hier wieder schneiden. Ein ganz intimer Moment. So habt ihr uns ja noch nie gesehen. Jetzt ist aber ich für deine Zuschauer. Ja, klar. Ich habe gefragt, darf ich filmen? Und du sagst, ja. Die können doch ruhig wissen, wie doof wir sind. Tada, die gefüllten Paprika sind fertig. Ich habe die Soße jetzt noch ein bisschen angedickt mit Speisestärke. Und der Bernd schält gerade hier die Kartoffeln. Die Kartoffeln? Die Kartoffeln aus dem Garten. Und der Smurphy spielt mit seinem Ding. Und der Bauch ist wieder ganz hart jetzt. Es war heute Morgen ganz gut einigermaßen. Aber jetzt ist wieder das Ziehen. Ja. Nächste Woche habe ich ja Termin bei der Hebamme. Dann mal fragen. Ragnar wächst, sagt der Bernd. Ja. Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Wenn das halt wächst und so, dann braucht das Platz. Und deswegen zieht das so. Ja. Ähm. Ja. Ich habe heute auch gar nicht viel gemacht. Da habe ich den Bernd extra gefragt. Habe ich heute viel gemacht, ne? Weil es ja auch immer relativ so. Also wenn wir sagen, wir machen nicht viel, ist das ja für andere immer noch viel. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht. Weil gesaugt, gekocht, zweimal spazieren gewesen. Keine Ahnung. Weiß ja nicht. Egal. Aber für unsere Verhältnisse haben wir heute nicht viel gemacht. Und ja. Machen heute auch nicht mehr viel. Und deswegen würde ich das Video jetzt hier beenden. Hast du noch eine Weisheit des Tages, Bernd? Ja? Das behalte ich aber für mich. Okay. Ihr fragt immer nach der Banane da oben. Das ist eine Walker, die ist noch gelb. Die ist schimmelig. Nein, das ist eine Banane. Die hat der Bernd, ähm, als wir im Moviepark waren, hat er die geworfen oder was war das? Erkämpft. Erkämpft. Mein Kind für Klaus. Und weil wir ja so gerne Bananen essen, zu erkennen auch hier an unserem Bananenvorrat in unserem Shake jeden Morgen. Die Mutti eine Banane für das Kind Pikachu. Genau. Cavino hat einen großen Pikachu bekommen und ich habe die Banane bekommen. Und ich hatte eine Frust. Ja, und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und die wird auch in der neuen Küche wieder einen Ehrenplatz bekommen. Ja, zu tun, sagt Nadia. Was Murphy macht. Sein Löwen kaputt. Ja. Aus Frust. Für was hat der Frust? Der war gerade eine große Runde. Der hat gefressen. Ja. Egal. Ist Murphy halt. Ich wollte noch zeigen. Hier verstecken wir schon seit... Ich dachte mir. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Geraumer Zeit. Einmal Calvinos Geburtstagsgeschenk. Dann das ist für die Schule. Ich war da noch nie so ein Freund von in der Schule noch Süßigkeiten mit zu geben. Weil, weiß ich nicht. Also bei mir... War das bei dir noch, Bernd? Ja. In der weiterführenden Schule? Das ist so neunten oder zehnten Klasse. Hat immer... Ja. Echt jetzt? Ja. Irgendwas mit so was Süßigkeiten halt. Da wurde das auf der siebten einfach nur in die Mitte geschmissen. Und dann... Bei uns? Dann zwei, die die Schwachen haben keins gekriegt. Jau. Nein. Bei uns war das mit... Am Geburtstags... Da... Nur im Kindergarten. Nein. Bei uns war das ein bisschen weiterführende Schule noch. Ist ja fürchterlich. Jedenfalls... Ja, nein. Ich war dagegen am Elternabend. Aber alle anderen Eltern fanden... Oder die meisten fanden es voll. Und wegen Corona darf man nur was geben, was einzeln verpackt ist. Und weil es 29 Kinder plus zwei Lehrer in der Klasse sind. Und in einer so einer Packung 25 Stück sind, habe ich zwei Pakete genommen. Einfach vom Aldi Schokolade. Ähm... Naja, aber sowas gab es bei uns früher auch nur. Hat ja auch gereicht. Da unten ist keine Maschen. Sind es gebacken von der Mutter oder so? Ja, früher habe ich auch gebacken für ihn. Im Kindergarten, ne? Da habe ich richtig... Sie redet ja, weil du gefragt hast, wie die Grundschule weiterführende. Oder gab es sowas da, ne? Ja. Aber jetzt so langsam. Jedenfalls gibt es dann die noch. Die mag der Casino total gerne. Und die hat er sich gewünscht als Geburtstagskuchen. Sehr pflegeleicht von meinem Kind. Oder? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ach, da haben wir die Wasserbomben noch gehabt, ne? Ne, das ist der Gast für diese komische Kindertorte. Da haben immer noch die Reste von im Haus liegen. Stimmt. Aber die haben wir machen lassen, ne? So mit Kinderschokolade und Ü-Eier, so eine Torten. Die Kinder haben nur das gegessen, die vierteile ich oben drauf habe. Genau. Aber das war... Ja. Ja. Das machen wir auch nicht nochmal. Ja, und hier habe ich so Gedöns geholt. Da sind halt zehn, ne? Das schmücken wir nachher ein bisschen. Die Torten war super. Die war echt schön gemacht, ne? Ja, war ja auch. Die verwirrten Tragen haben es ja nicht gegessen. Das kommt dann auf die Muffins. Dann, er steht so auf Gold. Deswegen gibt es goldenes Konfetti. Schwarz ist auch seine Lieblingsfarbe. Luftballons. Und dann gibt es noch große Luftballons. So, und das reicht dann auch an Plastik. Und als Geschenk? Sollen wir das verraten, was er als Geschenk bekommt? Nein. Das sagen wir morgen. Aber das Video sieht doch noch keiner, bevor er es auspackt. Ist schon klar, dass die das jetzt nicht sehen. Jetzt. Genau. So mit Lila angepackt. Wir hatten kein anderes Geschenkpapier. Sind wir schlechte Eltern. So packen wir. Ja, aber Weihnachtsgeschenkpapier. Ja, mit Rentiere drauf. Oder mit Herzen oder mit Prinzessin, die Eisprinzessin von der Erbse. Ja. Jedenfalls, da ist eine Fitbit drin. Bernd und ich haben ja eine. Und Calvino wollte immer eine haben. Und dann hat er sich meine mal ausgeliehen. Und fand das total toll. Ja, er fand das total toll zu sehen, die Schritte und die Uhrzeit. Er hat zwar das Handy immer dabei, aber das darf er ja auch nicht immer rausholen in der Schule und so. Und deswegen kriegt er eine Fitbit von uns, die auch wasserdicht ist. Ähm, wir hatten eben schon mal so eine günstige, äh, Schriftzähleruhr geholt. Aber die war innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Wochen kaputt oder so. Und deswegen haben wir gesagt, dann gibt's jetzt eine Fitbit. Und dann gibt's noch was, ähm, der Calvino fährt total gerne Kart. Und er hatte sich gewünscht, mit seinen Freunden zur Geburtstagsparty Kart zu fahren. Und dann haben wir erst immer gesagt, nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht, weil das ist viel zu teuer. Was kostet das? 40 Euro pro Kind, ne? Und dann können die nur jeder dreimal zehn Minuten fahren. Ja. Ja, aber da jetzt Corona ist, ähm, normalerweise wären wir schwimmen gegangen oder so. Das wäre ja dann so ein Tagesausflug gewesen. Und da zahlt man für, egal wie viele Kinder, 20 Euro Tageskasse eintritt. Und da kann man halt so Snacks alles mitnehmen. Ja, und das, weil das ja jetzt alles nicht geht mit diesem ganzen Corona. Und ich hatte auch keine Lust, mich damit zu befassen und dann zu sagen, ja, jetzt darf nur der rutschen und dann nur der und keine Ahnung. Haben wir gesagt, gut, dann darfst du zwei Kinder einladen und dann fahren wir zur Kartbahn. Ja. Ja, wir hätten doch vier mitnehmen können, aber dann hätten alle weniger fahren können, weil das so zehn Artikel bist. Genau. Erstmal hätten sie weniger fahren können und so können wir die alle mit ins Auto nehmen, fahren dahin. Also wir machen hier Übernachtungsparty, ähm, dann können die hier so Videoabend machen und so, ne? Dann gibt's Popcorn und Chips und keine Ahnung. Nächsten Tag gibt's ein gemeinsames Frühstück und dann geht's los zur Kartbahn, wieder zurück und dann wird Pizza bestellt. Und dann ist so 24 Stunden um, wir sind müde und die Kinder hoffentlich auch. Ähm, ja, das ist dann, weil das halt, ja, ne große Party ist, zählen wir das auch zum Geburtstagsgeschenk hinzu. Richtig. Richtig. Und am Schluss 3 Jahre ich Pokale bestelle. Genau, stimmt. Und Pokale hat der Bernd bestellt. Bronze, Silber und Gold. Da ist so ein, die sind, wie groß sind die? 27 cm. 27 cm. Da ist... Oder 17? Ne, ich glaub, 40, ich weiß es nicht. Ungefähr 20 cm. Da sind Cards drauf, so halt, ne, Autocards und da steht da... Ja, da steht da Calvinos Geburtstag 2020 und so. Kartmeisterschaft 2020, Kalles Geburtstag. Kalles? Nein, Calvinos hast du geschrieben. Ja, da hätte ich aber was gesagt, wenn du Kalles geschrieben hättest. Ja, trotzdem, der heißt aber Calvino. Ja. Smörfi? So sieht das aus. Ja, das wollte ich euch noch eben sagen. Und heute Abend, wenn Calvino ein Bett ist, dann müssen wir hier noch Luftballons aufblasen und schmücken für morgen früh. Dann geht der Auto ab und frech. Jetzt um 17.30 Uhr ab ins Rentenheim. Ja gut ihr Lieben, seht's aber. Bis morgen. Tschüss.